Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute gibt es etwas ganz Spezielles und zwar backen wir heute eine, ja eigentlich Südtiroler Spezialität und zwar... Finchkerl. Und die Finchkerl machen wir heute aus Vollkorn und diese auch wieder ganz an weichen Teig, besonders saftig und aromatisch. Da riecht es schon aus Schabzigerklee. Und vielleicht ganz kurz zur Geschichte dieser Finchkerl. Der Simon ist ja immer mit seiner Freundin und mit Freunden gemeinsam, die bewirtschaften im Sommer vier Monate lang eine Alm. In Südtirol, nämlich in den Dolomiten. Und das Besondere daran, man kann ihn dann vier Monate nicht erreichen. Nämlich kein Telefon, keine Internetverbindung, hoch auf der Alm, nur mit 200 Stück Vieh. Die Käsen, die backen Brot. Das ist eigentlich super, oder? Ist super und für mich ein ganz spannender Einblick in die Südtiroler Backkultur, was dort einfach vorherrscht und was zu machen ist. Was ich schon jetzt verraten darf, er wird nämlich auch einmal Schüttelbrot machen. Das hat er gerade in diesem Sommer extrem gut gelernt. Wie gesagt, ganz viel geschüttelt. Und das werden wir natürlich auch einmal machen. Aber heute die Winschkerl. Was ist alles drin, Simon? Wir haben wieder eben ein reines Vollkornprodukt. Emmer-Vollkornmehl. Emmer eben ein Vorfahre des heutigen Hartweizens. Sehr interessantes Getreide, bringt ein volles Aroma. Roggen-Vollkorn. Und zu dem Mehl noch, da ist nur Waldstaubenmehl im Sauerteig verarbeitet. Da ganz ein schokoladiges Aroma. Und dann haben wir zusätzlich noch Honig. Ein bisschen Malz-Cuvée für eine feine Kruste und eine schöne Farbe. Und das Salz. Ja, und das Salz. Einerseits ganz wichtig für das Brot, aber gerade bei den Winschkerl auch die Gewürze. Man braucht wirklich die richtigen Gewürze dazu. Ich habe hier, und ich mag den Geruch wahnsinnig gern, das ist Schabzigerklee. Das Schabzigerklee ist ja eigentlich eine Pflanze, eine Leguminose, die als Krümpflanze in der Biolandwirtschaft sehr viel verwendet, weil sie Stickstoff in den Boden einbringt. Und man sich deshalb dann die Stickstoffdüngung, die künstliche, erspart. Wird gemäht, dreimal im Jahr. Ist, wie gesagt, eine grüne Pflanze, die dann getrocknet wird. Und die wirklich dieses ganz, ganz typische Aroma. In der Schweiz machen sie einen eigenen Käse damit, den Schabziger. Der ist auch sehr aromatisch, ein sehr toller Käse. Und, Simon, als Brotgewürz, ja, überall eingesetzt, oder? Ja, und gerade in den Südtiroler Spezialitäten überall vorhanden. Und ist eigentlich mit den anderen Brotgewürzen nicht wirklich vergleichbar. Kümmel, Fenchel, Koriander, der Schabziger ist eine ganz eigene Liga. Ganz wichtig, man darf immer nur ganz wenig davon nehmen. Also in dem Moment, wo man von dem zu viel nimmt, kann es auch wirklich ganz schnell zu viel werden. Dann haben wir auch noch Kümmel. Wir sind zum Beispiel überzeugt davon, dass Gewürze, wir verwenden sie sehr gerne, dass sie wirklich frisch geröstet und frisch gereben werden, gemahlen werden, weil Gewürze dann ein ganz besonderes Aroma haben. Wir haben hier unseren Gewürzmühlenaufsatz, hier in der Pfanne jetzt schon bei 150 Grad. Ungefähr 10 bis 12 Minuten geröstet. Nicht zu dunkel, sonst wird er vielleicht etwas zu bitter. Und der kommt jetzt in die Gewürzmühle. Schauen wir mal, ob man das sogar... Alles brauchen wir, oder? Ja, malen wir gleich alles, oder? Ja. Also die Gewürzmühle... Mit diesem Aufsatz kann man wirklich in Windeseile seine Gewürze malen. Dann wiegen wir jetzt das Gewürz ab. Ach, das ist wahnsinnig, was der Kümmel... Ja, das ist sehr aromatisch. Ja, das ist sehr aromatisch, wenn man den röstet und dann frisch mahlt. Da kommen jetzt zum Schabziegerkli noch dazugewogen. Und das ist auch sehr praktisch, da gibt es nämlich die Verschlüsse dazu. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Gewürzmischung gemacht hat, oder so wie hier den Kümmel, kann man das auch perfekt natürlich so aufbewahren. Gut, zum Rezept. Wir haben wieder das Wasser zuerst rein. Das machen wir damit dann, wenn wir dann den Knethacken eingesetzt haben, dass der wirklich irgendwie den ganzen Teig erwischt und nicht unten die Mähreste geben bleiben. Hefe und Sauerteig. Der Sauerteig ist eben ganz schön aufgegangen. Das perfekte Stadium. Kochstück. Eben Mehl und Wasser aufgekocht. Ist eben bei Vollkornprodukten sehr wichtig, weil es einfach viel Wasser bindet und dadurch das Gepäck saftig werden kann. Ja, und das Kochstück, das habe ich schon eine Zeit davor gemacht. Weil wichtig ist bei dem Kochstück, wo man wirklich nichts anderes tut, als Mehl einmal zu lieben, ein bisschen zu bräunen und dann das Wasser aufzugießen. Wichtig, dass es wirklich keine Klumpen bildet. Ja, und das habe ich eigentlich schon vor etlichen Stunden gemacht, weil man muss es mindestens drei Stunden vorher machen, damit es abkühlt. Weil es muss kühl dazu. Man kann es auch schon am Abend vorher machen. Ja. Die Gewürze, Schabzigerklee und Kümmel, frisch gemahlen. Und jetzt noch Mehl, Honig, Salz und das Malz. Dann haben wir alles drin. Es ist halt ein richtiges, da ist viel Urgetreide drin. Es ist Emmer drin, es ist Waldstau da drin. Das heißt, die Winschgel zusammen mit dem Schabzigerklee, das werden jetzt einfach sehr, sehr aromatisch. Die an die Berge erinnern, an Südtirol, an die Almen. Und den Teig mischen wir jetzt mit dem Pedal. Der Teig ist sehr weich und der Knithaken wird den unvollständig erreichen und man hat dann eventuell am Rand eine festere Masse, in der Mitte weicher. Und darum geben wir das Pedal rein. Mit dem kann man wirklich so ganz weiche Teige super bearbeiten. Und da wieder ganz, ganz langsam. Das kennt Sie jetzt schon, dass man die Teige ganz, ganz langsam mischen muss. Nach sechs Minuten, auf langsamster Stufe, ist der Teig jetzt fertig geknetet. Man sieht, der kriegt eine ganz feine, glatte Struktur. Ist aber sehr klebrig. Und das werden wir eben runterlösen jetzt. So Teige sollte man eben ganz, ganz langsam kneten. Weil gerade Vollkornteige eben ihre Zeit brauchen, um das Wasser richtig aufzunehmen. Würde man viel zu schnell vorgehen da und einfach, so eine Küchenmaschine hat natürlich sehr viel schnellere Stufen, auf ganz schnell kneten und sofort mit dem Kneten beginnen, dann hat man da, verliert man ganz viel Aroma, weil sehr viel Luft in den Teig kommt. Und durch den Sauerstoff oxidieren viele Aromastoffe. Und es riecht dann in der Küche wunderbar nach Brot, schabziger Klee und Kümmel. Aber es riecht eben in der Küche, wenn nichts mehr im Teig oder sehr wenig im Teig ist. Und so schaut er dann eben aus. Den werden wir da jetzt vom Schüsselrand lösen. So. Wie Sie seht, ganz, ganz weich. Und diesen Teig, den werden wir jetzt für 30 bis 35 Minuten wieder rasten lassen. Den lassen wir jetzt an der Schüssel drin. Decken ihn zu und schauen, dass er nicht auskühlt, ganz wichtig. Der ist schön aufgegangen, gell? Genau, der Teig hat jetzt nach 30 Minuten sein Volumen verdoppelt. So. Das ist ein Rockenschrot, mit dem wir den jetzt eben bestäuben und auch die Fläche. Und für die Winschkeln, das wir jetzt gleich sehen, ist das ein sehr weicher Teig. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Dass sich dieser weiche Teig dann wirklich zu Weckerl verarbeiten lässt. Man leert ihn auf, auf das Roggenschrotbett. Genau. Und dann, so wird das genannt, dann rupft man ihn. Weißt du, warum das rupfen heißt? Weiß ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, da werden wir dann eigentlich sehen, dass es von dieser typischen Handbewegung ableitet. Man sieht euch, der ist wirklich ganz weich und auch sehr patzig und klebt sehr an den Fingern drum. Jetzt mit Roggenschrot wirklich gut bemehlen. Man kriegt dann auch eben diese typische Optik mit der rissigen Oberfläche. Und jetzt ist ganz wichtig, den Teig nur mit bemehlten Händen angreifen. Und dann so mit einem zum Dreieck geformten Händen bis zur Tischplatte hinunter drücken und dann so wegrupfen. Und da geht es darum, so vorsichtig wie möglich, dass einfach das Volumen wirklich schön erhalten bleibt. Und ich baue auch ein bisschen und ich setze es ab. Und das Wichtige ist eigentlich, dass man es ganz schnell macht. Aber du rupfst und ich setze weg. Man kann es dann eben beim Wichsitz nur so leicht rund formen und dann so hin. Und mit der Teigkarte wieder zu einer schönen Kante machen. Und je vorsichtig man eben da vorgeht, desto luftiger bleiben die Fingern. Sonst machen wir eben die Struktur kaputt. Und in den Bäckereien gibt es eigentlich dort, wo ganz viele gemacht werden, nicht so wie wir jetzt, wo wir einiges Blech machen, da gibt es dann den Rupfer und den Wechselsetzer, oder? Ja, also da, wo ich in der Bäckerei war, war das so. Das heißt, ich bin jetzt die Wechselsetzerin. Und der Rupfer. Und der Rupfer. So. Und man kann auch eine andere Form draus machen, oder? Ja, es gibt eben diese Einzelnen, diese Finschkarl oder auch Padeln nennt man das. Das ist, wenn man zwei zusammensetzt. Also das machen wir da. Ich schiebe das da her. Machen wir jetzt noch einen Padel. Genau, die Padeln, da würde man einfach zwei so zusammengeben. Die wachsen dann eben beim Backen zusammen. Wir sind jetzt soweit, jetzt geht es ans Backen. Die Teiglinge sind jetzt zehn Minuten, haben wir die liegen gelassen. Die sind entspannt und weil die einen Schwaden brauchen, und wir ein Gerät haben mit einer Klimagar-Funktion. So, Wasser ist eingesaugt. Mache ich das jetzt mal. Also, wie gesagt, die, das sieht man, die sind schön auseinandergelaufen. Man sieht das an den Teiglingen auch aufgegangen. Haben eine schöne, gespannte Oberfläche. Ja, und so kommen die jetzt ins Rohr. So. Bei 235 Grad. Und da bleiben sie so 16 bis 18 Minuten. Ja, und wie gesagt, und jetzt kriegen sie noch einen manuellen Dampfstoß. Da sind jetzt unsere Winschkarl frisch aus dem Rohr. Und abgesehen davon riechen es total noch Südtirol, oder? Ja. Erinnerungen an die Alm? Auf jeden Fall eben dieses aromatische Gepäck mit Sauerteig gebacken, und der Scharptziegerklee ist ganz deutlich. Sehr. Ja, und wenn man das Paar bricht, sag mal, gibt es irgendein Ritual, irgendein, ich weiß es nicht, gibt es da irgendwie eine Geschichte dazu? Ich wüsste zumindest nichts. Wenn man das Paar bricht, dann... Dann kommen vielleicht die Kuh vor der Alm zurück, wieder ganz heil im Sommer. Also, wir wissen es nicht, aber wenn ihr vielleicht wisst, was das bedeutet, dann schreibt es uns, dass wir freuen uns drüber. Und wir essen jetzt unsere frischen Winschkarl. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.